Wir spielen heute mal auf Gibraltar und habt ihr schon gehört? Heute kommt wahrscheinlich der neue Held raus. Oh ja, ihr habt es richtig gehört. Heute kommt höchstwahrscheinlich der neue Held raus. Man weiß natürlich nicht welcher Held. Also Doomfist ist es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht kommen auch zwei raus. Dann könnte Doomfist das schon eher sein. Aber wahrscheinlich würde es einfach nur so ein Roboterviech. Deswegen weiß ich auch überhaupt nicht, wie viel ich jetzt im Voraus aufnehmen darf. Ich nehme ja eigentlich meistens so eine Woche im Voraus auf. Oder ein paar Tage. Immer freitags für die Woche. Und deswegen weiß ich jetzt überhaupt nicht, was ich jetzt so alles erzählen darf. Wahrscheinlich sind jetzt schon 3 Millionen neue News raus. Auf jeden Fall wird das richtig cool dann. Also dann Livestream ich auch wahrscheinlich, wenn das Held rauskommt. Also heute. Wenn heute Dienstag ist. Ich glaube, dass das Video kommt wahrscheinlich um Dienstag raus. Sonst wäre das ein bisschen doof von mir, dass ich das jetzt falsch sagen würde. Und der Genji nervt hier so richtig. Ich weiß auch nicht, was der will. Auf jeden Fall treffe ich auch kaum. So. Ah, wir haben den Checkpoint. Also easy peasy. So, da habe ich auch noch ein paar Blöcke. Äh, paar Blöcke, genau. Ein paar Dinger geblockt. Ja, nice. Also wir haben den Checkpoint. Deswegen ist mir eigentlich völlig egal, ob ich jetzt sterbe. Auf jeden Fall nervt der Sniper ein bisschen. Deswegen muss ich dem ein bisschen rumnerven, damit er nicht meine Kollegen so nervt. Ja, der Sniper ist immer noch nicht down. Was soll das denn? Ich habe übrigens meine DPI ein bisschen, äh, verniedrigt. So. Oh nein, Reinhardt. Ja, egal. Ist ja nur ein Reinhardt. Ist doch der Sniper nervt mal wieder ein bisschen. Und Genji natürlich auch. Das gehört ja immer so dazu. Und ich treffe irgendwie gerade den Sniper. Nee, das ist natürlich auch doof, aber was soll's. Guck mal, hier sind nur ein paar Leute. Eine Ultimate ist auch endlich gleichbereit. Oh, komm mal. Boah, boah, boah. Ich, ich beschütze ihn mal ein bisschen. Gut. Wow. Hat nur einen getroffen. Na gut. Meine Wege. Ja, ja. Stunde geschlagen. Oh, da ist er schon tot. Na gut. Ich wollte gerade hier mal ein bisschen. Ah, egal. Oh ja. Wow. Jetzt wurde ich auch noch geboostet oder was. Was soll das denn? Wissen die nicht, dass ich mich treffen kann? Ne, wie sollen die das auch wissen? Können wir jetzt aber bitte mal die Fracht haben? Anna nervt ein bisschen. So. Anna tot. Jetzt muss nur noch Genji sterben und der, der hinter mir ist. Ja, ne. Tracer ist schon weggegangen. Da hörte ich die rumflitzen. Genau, Tracer. Du hast es verkackt. Nice, ey. Oh, oh, oh. Ne, schon wieder. Ach, jetzt sind wir gestorben. Also alles kein Problem. Ey, haben die es ernsthaft gerade gemacht? Ne, geht mal weg. Oh, der Genji ist low-life. Würde ich gerne töten. Den hier, genau. Ah, er ist schon tot. Und der ist auch schon tot. Okay. Ja, die sterben gerade ganz von allein. Guck mal, ich habe Goldzeit leider nur. Ist natürlich doof. So, und da ein bisschen blocken. Hier, dort. Blocki, blocki, block, block. Was auch immer. Auch die Sniper-Nerven haben auch mal so richtig. Ja, äh, nicht fliehen. Warte. Schade, konnte ich nicht mehr töten. Egal. Also mein Ultimate ist bereits jetzt natürlich richtig nice. Wer würde ich die jetzt gut platzieren? Und gut platziert ist die, glaube ich, äh, hier. Genau. Ach, wir haben schon gewonnen. Na gut. Dann kann ich mein Ultimate eben nicht benutzen. Und, äh, das ganze Match nicht die Ultimate benutzt. Ist ja auch witzig, ey. Da mache ich mir die Mühe und spare die Ultimate. Und dann geht das dann. Egal. So, Genji. Hat der mich getötet? Ich glaube nicht. Nee, nee. Jaja, ich habe auf den geschossen. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Deswegen habe ich es einfach mal ignoriert. Der hat die Fahrt ein bisschen aufgehalten. Kein Problem für unser Team. Unser Team war nämlich spitzenmäßig. Das war auch hier drei Tanks, zwei Healer. Das war schon war schon ziemlich meta. Also, gehen wir zum nächsten Match. Hey, der kriegt einfach keinen Schaden. Ach so. Das war ja gar kein Gegner. Oh, kennt ihr das, wenn ihr so einen Stream guckt und das irgendwie das irgendwie ein bisschen schlechtere Qualität? Und das Oh, was ist das? Nein, war? Und deswegen sind die Stimmen irgendwie drei Milliarden Mal geleiser als die Umgebung. Und die Musik ist irgendwie immer am lautesten bei solchen schlechten Streams. Das finde ich immer richtig nervig. So, geiler. Wir verlieren fast, aber gewinnen wegen mir. So, da konnte ich irgendwie nicht so viel blocken, leider. So, hier ist eine Symmetra am Werk. Keine Ahnung, was die machen will. Ach, die will mich natürlich tönen. Oh, guck mal, hier ist eine Geschützmarte. Den nerv ich ein bisschen. Oh, kriegt er das Geschütz nicht hin? Okay, das war jetzt ein bisschen, was ich da einfach die ganze Zeit stehen geblieben bin. Aber egal, ist auch No Talk ist doch Ja, ja, kein Problem. Oh, nein, das Oh, zumal hat er mich nicht getroffen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich gewesen. So, ich werde natürlich dank Mercy geil. Das finde ich sehr, sehr gut. Wieder Top Team hier unterwegs. Oh, da oben höre ich Ne, das ist unser Sniper. Ich höre einen Sniper und dann höre ich einen gegnerischen Sniper. Und oh, Nein, nein, der kommt schon. Oh, shit. Ich wollte da oben drauf sprengen. Was ist das denn? Das ist doof. Können wir nicht irgendwie... Oh, unsere Mercy ist gestorben. Ist ja noch pre-patchy alles. Ich freue mich schon. Also heute kommt wahrscheinlich auch der Server-Browser raus. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Und deswegen bin ich mir immer noch unsicher, wie viel ich jetzt im Voraus aufnehmen soll. Also, oh, ich verstecke mich hier drin. Äh, wie alle anderen. Gute Idee. Okay. Gehe ich hier. Da drin ist immer gefährlich, weil man... Oh, oh, oh. Der McCree hantet mich wieder. Ich verstecke mich hier. Ah! Drin. So. Das Sniper nerven ein bisschen. Töte ich den mal so. Ganz easy peasy. Guck mal, was ist da denn noch? Ja, ja. Moment. Den töte ich eben. So. Easy peasy alles. So, was will der? Ja, die wollen mich alle töten. Leider. Ey. Oh, das war... Das ist ungünstig. Das ist ungünstig. Ich wollte da drin nicht sterben. Ich wollte... Ich bin mir ja gerade rausgegangen, damit ich meine Itemate ein bisschen besser platzieren kann. Oh, das ist jetzt auch ungünstig, dass ich Schaden genommen habe. Äh, ich gehe mal. Tschüss. Ah, Heilung brauche ich nicht. Ich kann mich hier auch selber heilen. So. Easy peasy. Ah, hier ist noch ein Gegner irgendwo. Wir haben... Ah, da ist ein Sniper. Kopfschuld... Oh, das Geschütz ist da immer noch. Das Geschütz ist da ganz böse am rumweckeln. Okay, ich werde geheilt vom lieben Zulcher. Finde ich gut. Finde ich gut. So, haben wir das auch mal? So, den McRee habe ich ein bisschen gedamaged. Danke sehr. So, können wir den auch einfach jetzt final einnehmen? So, hier, Itemate. Oh, konnte ich wieder nicht benutzen. Oh, das ist ja toll, dass ich meinen Itemate nie benutzen darf. Mh, also diese Nano-Cola, die ist echt lecker. Mh, die solltet ihr euch auch kaufen. Oh nein. Okay, die Gegner haben jetzt ein bisschen andere Leute. Ist auch in Ordnung. Ah, wieso spiele ich eigentlich nicht Lucille? So, da könnte ich mir auch meine goldene Waffe noch ein bisschen mehr zeigen. Das war vielleicht ein kleiner Fehler. Ähm, ja, das war... Ich, ich flieh mal. Tschüss. So, hoffentlich folgt mir jetzt niemand. Ah, ne. Niemand ist mir gefolgt. Perfekt. So. Leider haben die Gegner jetzt den Punkt. Warte, vielleicht kann ich... Ah, ja, hier. Moment. Oh ja, da habe ich... Ah, nur zwei getroffen. Schade. Aber zwei Headshots immer. Äh, 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 äh. Sniper, warte. Sniper soll weg, Mist. Blub. Nein, 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 nein. Kommt schon, Rolltalk. Ah, Rolltalk ist tot. Okay. Kriegen wir, kriegen wir das jetzt? Oh nein, der Reaper will nicht wahrscheinlich gleich töten. Egal. Ich gehe mal hier in meine Mech-Form. Mal wieder... Oh, was will das Zeug schon jetzt? Können wir, den können wir im Punkt jetzt... Äh, danke sehr. Und der Reaper ist auch noch gestorben. Danke, danke sehr. So, ich werde natürlich direkt geheilt. Also diesen Diva-Nerf mag ich überhaupt nicht, übrigens. Habe ich das schon mal gesagt. Der ist so richtig nervig. Ich war ja mal Diva-Main, aber seit dem Nerf... Näh. Ist, ist, ist die so scheiße geworden. So, was will der Sniper jetzt hier? Der will wohl anscheinend sterben. Ist okay. Äh, das mache ich auch gerne. Wenn ich Diva spiele. Ach, shit, ich konnte ihn nicht retten. Äh, Diva soll ja auch ein bisschen gebufft werden. Also die Defense-Metrics soll ein bisschen verbessert werden. Sodass ich auch jeden Schuss mal abwehren kann, richtig. Wenn ich die abwehren sollte. Ist nämlich nervig manchmal, dass das nicht passiert. Schade, da hat er mich gesehen. Ich dachte, ich könnte mich da so ganz sneaky verstecken, wenn er mich nicht sieht. Aber leider... Ja, gut. Da war ich auch ein bisschen offensichtlich drauf. So. Ich wollte ihn eigentlich runterstoßen, dass er jetzt nicht so gut funktioniert. Willst du mich verarschen? Der hat doch nur noch null Leben. Oh, jetzt haltet er sich auch noch. Ähm, ja. Jetzt... Das ist jetzt ungünstig hier. Ungünstige Lage. Ich, äh... Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Oh nein, personische Pomponregal. Jetzt wissen die auch noch, wo ich bin. Ja, ich gehe einfach mal außenrum da. Das Selfpack war ja, glaube ich, nicht mehr vorhanden. So, wo ist denn unser Healer überhaupt? Egal, ich heile mich jetzt einfach selber. Ach, da ist der Healer, ja. Aha, 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 ist also gestorben. So, oh nein, oh nein, oh nein. Komm schon, Reaper muss nur sterben. Nur Reaper. Oh, Mist. Jetzt haben die den Punkt auch noch eingenommen. Naja, gar nicht. Jetzt müssen wir noch weiter. Na, egal. So. Also. So. Wir nehmen den Punkt wieder ein. Und hoffentlich bleibt das auch so. Ach, ja, gut. Haben wir schon gewonnen? Ja, gut. Nein. Ich verstecke mich hier. Hey. Wie hat mich das denn noch getroffen hier? Was ist das denn? Egal. Wir haben trotzdem gewonnen. Easy peasy. Weiß jetzt auch nicht, was da zum Schluss so gelaufen ist. Werden wir vielleicht hier im Play of the Game sehen, wenn da McCree jetzt vorhanden ist. Ja. Das könnte jetzt sein, wie er mich tötet. Also bei mir war ich schon im Loch drin. Das würden wir... Moment, Moment. Ja, ja. Hier. Ich bin da gerade ins... Ach, komm. Da war nur noch kurz meinen Kopf zu sehen. Das ist unfair. Mensch, ey. Ja, gut. Da haben wir mal wieder zweimal gewonnen. Das waren irgendwie langweilige Runden. Fandet ihr nicht auch? Soll ich solche Runden überhaupt noch hier euch zeigen? Weil die Runden waren noch echt langweilig, oder nicht? Da musste ich ja noch nicht mal was machen. Musste mich noch nicht mal anstrengen. Ist ja auch egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne? Äh, ich weiß aber nicht, ob da schon der neue Patch... Ob ich da schon den neuen Patch spiele. Wahrscheinlich noch nicht. Ähm, warte. Wenn dieses Video Dienstag rauskommt, dann kommt ein neues Video Donnerstag raus. Donnerstag? Also übermorgen, äh, kommt auch noch der alte Patch. Und dann kommt Samstag erst ein neues Video. Ja, so machen wir das. In der Woche nehme ich nämlich ungerne auf. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss! 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 Tschüss!